Kitzbühel-Hopperhof 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 Damals waren die Straßen noch mit Schnee bedeckt. Das war Anfang der 50er Jahre. Kitzbühel-Hopperhof 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der alpine Asienforscher und Pionier des Skilaufs um die Jahrhundertwende, Ehrenmitglied des Gitzböler Wintersportvereines, Wilhelm Rickmer-Rickmers. Auch die Jugend verehrt ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das damalige Wunderteam im Training. 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 Abschied von Kitzbühel. Das heißt, wir kommen wieder. Das damalige Wunderteam im Training.